Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 23. August. Heute haben wir dabei Revolut, Target, MyMy, Google Fit und Fritz OS 7. Beginnen tun wir mit Revolut. Das ist ja ein Fintech aus Großbritannien. Die machen Mobile Payment, haben eine tolle App, haben diverse Kreditkarten und wir beim Geek Talk nutzen die auch privat und sind sehr begeistert und die haben heute eine neue Kreditkarte vorgestellt und zwar eine aus Metall. Um genau zu sein, aus 18 Gramm Stahl, aus einem Stück rausgeschnitten und auf der Webseite gibt es dazu auch ein beeindruckendes Video, wie man sieht, wie die Karte produziert wird. Rausgeschnitten, beschichtet, gestanzt und alles mögliche. Schaut es euch mal an, ist schon sehr Apple-mäßig das Video. Und die Karte kommt nicht nur alleine, sie kommt mit einem neuen Premium-Dienst, einem Super-Premium-Dienst und zwar heißt der logischerweise dann Revolut Metal. Gibt diverse zusätzliche Features, wie zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung. Ich weiß nicht, ob man das braucht, ob man das nicht, vielleicht eh schon hat. Aber ein Feature davon möchte ich herausstellen, das finde ich sehr interessant. Es gibt 1% Cashback auf den Umsatz mit der Karte und zwar kann man dabei auch noch entscheiden, in welcher Währung der stattfinden soll und dabei kann man sich auch für Kryptowährungen entscheiden. Man kann also für 100 Euro Umsatz sorgen auf der Karte und bekommt dann 1% davon zurück in beispielsweise Bitcoin. Das finde ich wirklich interessant. Der Dienst schlägt in England mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Der Premium-Dienst ist dort 6,99 Euro pro Monat und es gibt einen Standard-Dienst, den ich auch jedem zum Testen empfehlen kann. Der kostet eben nichts. Und testet es doch mal und vielleicht ist ja die Metallkarte was für euch, die ihr dann einfach gut findet und euch bringen die extra Features was. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr upgraden wollt. Nächstes Thema, Target. Das ist eine amerikanische Supermarktkette, ähnlich wie real in Deutschland. Sprich, es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch zum Beispiel Bekleidung. Die bieten jetzt mittlerweile in über 1.000 Läden, also in 1.100 Läden, um genau zu sein, oder ein bisschen mehr sogar, Same-Day-Delivery an. Sprich, man ordert und bekommt am gleichen Tag noch geliefert. Und damit erreichen sie stolze 65% aller Haushalte in Amerika. Das finde ich schon echt ein guter Wert, wenn man bedenkt, auch wie groß das Land ist. Und teilweise gibt es ja auch wirklich Dörfer und Städte, wo auch gar nichts ist. Die werden dann logischerweise dann auch nicht mit dem Same-Day-Delivery beglückt. Viel interessanter ist aber ein Dienst, der heißt Drive-Up. Dort kann man online dann vorher entscheiden, was man haben will. Das wird im Laden zusammengepackt und man fährt mit seinem Auto, wie bei McDonald's, durch ein McDrive, einfach dorthin und bekommt seinen Einkauf ins Auto gereicht. Und damit will Target natürlich gegen Amazon bestehen, die ja mittlerweile durch Whole Foods auch eigene Standorte haben, wo sie sowas auch umsetzen konnten. Und dieses Drive-Up war bisher in 800 Städten verfügbar. Oder nicht Städten, sondern in 800 Läden. Und bis zum Ende des Jahres soll es bei 1000 liegen. Und zwar in den logischerweise bevölkerungsstärksten amerikanischen Bundesstaaten. Und dann schauen wir mal, wie Amazon darauf reagiert. Nächstes Thema. Mai Mai. Das ist das chinesische LinkedIn. Das werden die wenigsten von euch kennen. Ich gebe mal offen zu, auch ich beschäftige mich ja durchaus mit China und kannte es auch nicht. Die haben jetzt ein Investment von 200 Millionen bekommen. US-Dollar logischerweise. Meistens sind es ja immer US-Dollar. Und das ist vor einem geplanten IPO in Amerika. Also die wollen an die Börse gehen. In Amerika, was ja mittlerweile sehr populär ist. Gerade auch bei chinesischen Firmen, die oft noch nicht mal eine Präsenz haben für Amerika oder Europa. Mai Mai zum Beispiel gibt es auch echt nur in Chinesisch. Man kann es noch nicht mal auf Englisch umstellen. Und mit diesen 200 Millionen ist Mai Mai das soziale Netzwerk für geschäftliche Kontakte mit dem größten Investment. Da überlegt man erstmal. Und dann guckt man, was mit LinkedIn war. Tja. Und die haben zwar insgesamt 150 Millionen eingesammelt an Investments, was ja immer noch 50 Millionen weniger wäre, als jetzt Mai Mai auf einmal bekommen hat. Aber als Microsoft sie gekauft hat, da hat Microsoft sie für 26 Millionen gekauft. Was ja fast ein Zehntel nur ist von dem, was Mai Mai jetzt als Investment bekommt vor ihrem IPO. Das ist schon beeindruckend. Und ich bin gespannt, ob die dann auch irgendwann mal den amerikanischen und europäischen Markt angehen und entsprechend einfach eine Version in Englisch und Deutsch vielleicht rausbringen und dann LinkedIn auf einmal einen großen Konkurrenten hat. Was auch interessant ist, wenn man zum Beispiel Geschäfte macht mit Asien. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Wo es auch Konkurrenz gibt, das ist bei den Fitness-Apps und Daten. Apple hat ihre Health-App und Google hatte Google Fit. Und da ist auch lange Zeit gar nichts passiert. Aber jetzt gibt es ein großes Update. Und Google Fit konzentriert sich jetzt auf zwei Aktivitätsziele. Und zwar auf Aktivitätsminuten und Kardiopunkte. Das basiert beides auf Empfehlungen der AHA und des WHO. Und kurz und knapp gesagt, es klingt ähnlich wie bei Apple. Es geht darum, einfach ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag reinzubekommen, gerade wenn man einen Bürojob hat. Und schon mit 30 Minuten mehr Aktivität soll man zum Beispiel auch sein Risiko für Herzerkrankungen verringern können. Ob das wirklich so ist? Es gibt bestimmt genug Belege und Studien dazu. Aber wenn ihr halt Android-Nutzer seid und euch an Fitness zumindest ein bisschen interessiert, das Thema, dann ladet euch mal das Update runter und guckt es euch an. Google Fit integriert sich natürlich durchaus auch mit anderen Apps, die ihr habt, wo ihr Daten sammelt. Gibt da einige Möglichkeiten. Von daher auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Aber ich bin ja Apple-Nutzer und nutze Apple Health. Und das letzte Thema für heute ist ein großes Thema für uns hier, gerade beim Geek Talk. Und zwar AVM bringt ein neues Update für die FRITZ! Boxen raus. Und nicht nur ein kleines Update, sondern einen großen Versionssprung. Es gibt jetzt FRITZ! OS 7 für die FRITZ! Box 7590 und 4040. Das kann man sich, wenn man eine von den beiden Boxen besitzt, im Backend runterladen. Gibt diverse Updates. Die Mesh-Funktion wurde verbessert. Generell sollten Updates jetzt einfach eingespielt werden. Es gibt einen offenen Hotspot für jedermann. Es gibt neue Smart Home-Funktionen und auch mehr Performance für das integrierte FRITZ! NAS. Gibt einen Link und alle Infos natürlich auch vom Pokipsi Network. In einem schönen Artikel ist verlinkt, wie üblich, in den Shownotes. Und wie gesagt, für uns eigentlich ein doppelt wichtiges Thema. Denn wir gehen ja nächste Woche, also der Martin und ich, zu IFA und werden logischerweise auch AVM besuchen, die uns auch als Sponsor mit unterstützen. Und werden euch dann von vor Ort natürlich auch noch mehr Informationen zu dem FRITZ! OS 7 und auch zu anderen Neuigkeiten von AVM geben. Von daher, ich hoffe, ihr verfolgt das ein bisschen über die diversen Kanäle und guckt eventuell auch vielleicht das ein oder andere Video, was es von uns auf Facebook und auf YouTube geben wird. Tja, und das ist auch genug der Eigenwerbung für unseren Tipp zu IFA. Und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Donnerstag und ich hoffe, wir hören uns zum Ende der Woche morgen nochmal wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao. Euer Achim. Hört mehr Geek Talk.